Meine Lieben, der Markus hier, der Bandpapa und es ist schön, dass ihr reinschaut. Wir haben die nächste Band für euch, Warehouse Stage Live, 2.11.2024 in der Homburger Papiermühle. Ich freue mich riesig, die Band Heelos bekannt zu geben. Heelos ist ein Slang, haben wir uns sagen lassen, aus dem Sanitäterbereich, das heißt eigentlich hilflose Person. Die Band war alles andere als hilflos, als sie vergangenes Jahr bei uns die Stage gerockt haben. Es ist unfassbar, eine Mischung aus Crossover und 90er Jahre, weiß ich gar nicht, Rock und Hardrock Elementen. Es hat riesig Spaß gemacht, ich glaube einer der fettesten Streams, die wir hatten. Und die holen wir für euch auf die Bühne. Warehouse Stage Live, 2.11.2024, Tickets gibt es auf warehousestage.de, da im Shop. Und ich hoffe, wir sehen euch. Seht zu, dass ihr den Vorverkauf bemüht, damit macht ihr die Planung für uns ein bisschen leichter. Und dann sehen wir uns im November, bis dahin. Bis zum Wegen fühlst du dich verarscht, keine Angst, das ist normal. Leider ging der Spaß verloren, denn wir sind nur für Pflichten geworden. Hey! Hey!